die heihe so trappengenauigkeit ist ja mal wieder hier für den Arsch ey krieg ich ja wieder die Krise mit naja weil immer wieder ein wunderbarer toller und ja aah scheißbehörden da ist es er ist dass es geht ja wenn so richtig offen gut dass die Tücher BbH SP der Paktgebiet Fragezeichen ich ich mache jetzt erst mal Michael-Mission mal wieder her also wieder vier Kilometer spät ich die Stadt fuhren aaaaaaah mann noooo Hilfe 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 das ist ja richtig schlimm hier ausgeben ich muss horen ja klar durch die City hier ist die City oh ja nicht gerade wirklich oder doch ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na dann, danke. Klasse, die ich immer noch nicht empfehlen. Verräter, Verräter, Verräter! Wenn sowas ist, soll das nicht in den Akten mit drinstehen und ja. Pech würde ich dazu sagen, also... Gefechtspistolenauflage auf verschiedene Farbtöne. Oh, bitte wett. Nur 2 aus 10 Menschen korrekt identifizieren die International Police Force, mit den anderen Antworten, von... ...medicationen, zu karten Charaktere. ...Liberty City Storm News. The storm that ravaged Liberty City has some corporate citizens stepping up to the plate, including the gas and electric monopolies. Getting America back on his feet is important to us. Since we are a state-approved monopoly with zero interest in investing in infrastructure, we wanna get the grid up and running ... Was? Was? Der ist hier für ein Problem hier. Danke. Wieso greifst du mich eigentlich an, wenn ich nur auf der Straße rumstehe? Idiot. Egal. Waffe zieht, Problem erledigt. Ehrlich, also. Normalerweise dachte ich, ich dachte nicht, wir können mal verdeckt zu machen, natürlich. Geht das doch nicht. Autsch. Ja, jetzt muss man mich ganz auch vergessen. Ja, genau. Ja. Halleluja. Es ist wie dieser Kablo-Regen-Tobe-Kombination. Sorry. Dass ich so Sturmkasten auch so leicht mitnehmen kann, also... Sie haben zwar ein bisschen was realistischer gemacht, aber die Idee nicht alles. Das ist ein bisschen schade. Wie so ein geiles Game. Aber einigermaßen, weil das nicht geil kostet, dass die Ecke wieder komplett da ist. Egal. 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 Vielleicht können sich die Sachen hier noch auf einer... vielleicht PC-Version ändern, wenn sie überhaupt angekündigt wird oder rauskommt. Eigentlich sollte Rockstar da mal konsequent sein. Und sagen, nope. Keine PC-Version und die Konsole. Ich glaube, das könnte die Verkaufszahlen doch noch nochmal extra nehmen, also sie haben ja schon. Wirklich... viel. Also, wenn ich hier sage, man hat auch viel für das Spiel getan, also sie hat viel damit eingenommen. Und ja. Es ist einfach... gut geworden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wieso geht eigentlich bis den ganzen Tag davon flöten? Das ist doch wieder bescheuert. Was? Was ist falsch mit dir? Smokiert in meinem Haus? Du kennst, seit dieser psychotische Palme von dir geöffnet wurde, hast du einen größeren Arsch. Danke. Ihr Unterstützung in meine schwierigen Zeiten bedeutet das Welt zu mir. Ich unterstütze dich. Ich lasse alles, um hier mit dir zu kommen, und trotzdem, der verrückte Mann schlauert wird. Ich will es. Wie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du kennst ihn einfach weg von mir und den Kindern, du low-lifte Hormongering-ass-wip. Hat jemand gesagt Yoga? Nein, ich glaube, sie sagte Hormongering-ass-wip. Hallo Fabian, darling. Namaste, Amanda. Jetzt sind wir bereit zu practiceieren. Ja. Oh, ja. Sie ist sehr center. Ein normaler Oasis. Sie sehen, was ich live mit. Eine Frau mit Angst, und schlimmer Freunde. Nein, ich bin so schlauert. Ihr, auch. Bitte. Namaste. Nein, ich mache jetzt KEIN Yoga. Um das mal hier klarzustellen. Vielleicht um deine Hostilität zu sprechen, Michael. Jetzt hier ist gut. Wir haben das Son und das Murebunda. Das Assol. Jetzt beginnen wir das Assol in die Erde. Ja? Wir beginnen jede Sequenz. Wir sind eigentlich, bitte schön, drei Dinger schon vorbereitet. Wir sind eigentlich, bitte schön, drei Dinger schon vorbereitet. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ah! A small, tiny, minuscule, maybe. In the nose. Out the mouth. Okay, doch? Let it go. Ha! Get up. Try again. Oh, no! ah haha haa Jjjjjjj So, komm, halt die Klappe. Ist ja gut, danke. Ich auch nicht. Oh, wow. You feel that the emotion inside, let it go. Michael, join us. Oh, diese scheiß Jugaübungen. Hops, zack, zack, zack. Der Controller geht mir grad so ein bisschen auf den Sack, ne? Wiss, 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 wieso, ja. Now, you breathe. Ey, so kann man sich vernünftig halten. Er hat mich Dauerzuckungen. Wird's liegen so. Hold it. Stroke it. Breathe, Michael. Keep this up and we might actually have a shared interest. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. Hmm. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Mm-mm. Everything is flowing in me. Oh. It's just the middle of me. Like. Do you. Ahaha. Your core is very weak, eris. Take in the air, and release it. Poor meat-eater, it's okay. Your core is very weak, me cat. You're fine. I'm fine. your lungs they work yes very good now let it go you're sweaty michael that's all the impurities coming out sorry thank you klappe sing now let's go just a little bit sorry it didn't want to just a little bit just a little bit take the air and release it no vanity come on your lungs they work yes exhale now if you could just get trevor on you thank you we have to focus on the sticks we have to focus on if you'd found yoga before you wouldn't have been that way oh yeah i think we've always had luck wow wow help that's really good wow and fall Das ist das, was ich erzählte. Kannst du nicht sehen, wie blockiert er ist? Du hast heute einen langen Weg gekommen, Mikael. Ja, später wirst du wie ein Baby. Ja, richtig? Seine Chakras sind komplett blockiert. Keine Angst über ihn. So ist es, wunderschön. Ich bin froh, dass wir mit deinen Impotenzieren haben, Mikael. Was hast du gesagt? Deine Sexualerienerien wurden blockiert für zu lange. Um, back in meine pelvis. Back? Back, back, back. Ja, da. Oh, oh, oh! What? Enough of that! Yoga ist die Antwort, Mikael. Aber was ist die Frage? Warum bin ich so ein moron? Wir sind weg, und wir sind nie wieder zurück. Good! Du bist allein, du patschig Psychopath! Fuck you! Und das... Boney... French... Fuckin' Yogi! Gah! Gah! Jimmy! Du noch hier? James! Geh weg! Oh, ja! Fuck you! Du! Wenn da ein RAPE-BUTTON ist, würde ich es jetzt benutzen. Unless... Du bist ein Fagot und du magst das, was. Und dann... Ich werde einfach RAPE deine Momin. Nice TV. Kann ich für das? Ja! Du schraubst den anderen, nicht wahr? All right, come on. Ich will für einen Rennen. Ich muss einen Freund treffen. All right, ich will ihn mit dir. Come on. Ich will raus aus dem Haus. Ich bin nicht alleine. Come on! Das ist fucking bullshit! 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 Threatening to molest your online buddies is bullshit! They're not my buddies! They're the only people you speak to! Wohin geht's jetzt schon wieder? Also... Der Toa geht mir richtig auf den Sack. Ich hab' nicht solche Typen umbringen. Ich bin nicht mehr mit dem Sack. Ich bin nicht mehr mit dem Sack. So, wo ist dein Freund? Burger, shot! Burger, shot! Burger, shot! Ab zum Burger! Shot! Shot! Ja, nice to see, the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. You don't get milkshake. You don't get milkshakes. Rides. Ew, please. I know you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennium. I knew it. I knew it. The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. Hey, hey, careful! You're a very addictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But... Why do you think we're here together? Because you're scared shitless of being alone? Oh, now you're an armchair psychologist. Just like the rest of this city. You brought me here, Michael. Don't get surprised when some of the razzle-dazzle rubs off. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. You entitled piece of shit! There he is. The friendly neighborhood... Yo! Yo, bro man, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto! Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? No. Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, you know? Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah, 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 yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy, just hold on a second. Whoa, all right. All right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. All righty, then. Now what? Can we just get back to the house, please? Look out! So, uh, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between-the-white-line-strand-to-the-pedestrian kind of guy. Yeah, okay now. Give it here. What the fucking... What the fuck? Whoa, 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 whoa. Scheiße. What the fuck? Fuck the hell, like... Nein. What the fuck is doing? Come on! Oh, what the fuck was in there? It's harmless. The Vets have been using it for decades. What? Yeah, that's the time to me. You're fucking shit to you. From yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. Girl, you're too crazy, Dad. Come on! Come on! Come on! Come on! What the fuck is doing here? What the fuck is doing here? What the fuck? What the fuck? What? What? Yes. Was? Heiligisch! Scheiße! What do you want, Michael? I always thought I was a good guy. What the fuck? What is here? You are nothing but a murdering, cheating hypocrite! You took a wrong turn alone. Heilige Scheiße! Was ist hier los? Was steht, dass ich hierfür trappe? Massenvibration! Das ist somit die Aufnahmestation der meisten Kontrollervibration. So. Ich weiß gerade, ob ich das gar nicht höre. Ach, endlich! Geht abwärts! Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. In mein Haus? In mein Liebeschenklinge Ach komm, ich bin aber mal unter hier Danke Was war denn das grad bitte für Hallos? Hilfe! Da! Ich kriege so langsam die, wir sind die Paras also Ein paar kleine Probleme und wo Wo zum verkackten Teufel Ah cool, meine Waffen habe ich noch, ich will jetzt nicht schießen Nein Danke 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 WTF Was hat Jimmy da angestellt? Ein bisschen werde ich den jetzt eiskalt ummieten Na also Ist nicht so weit vom Haus entfernt Das ist ein bisschen 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 Was hat der für Probleme? Also Boah Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Das ist ein bisschen Vielen Dank.